Hallo, ich bin Alexander Steffensmeier und mein Beruf ist es, Kinderbücher zu schreiben und zu illustrieren, das heißt die Bilder dafür zu malen. Das bekannteste von mir sind die Bilderbücher von der Kuh Lieselotte. Und ich freue mich sehr, dass ich euch hier beim Bookfest Digital einen kleinen Einblick in meine Arbeit geben darf. Im Augenblick sieht es auf meinem Schreibtisch recht wuselig aus, weil ich gerade mit einem neuen Bilderbuch anfange. In den letzten 15 Jahren habe ich Lieselotte schon in einige Abenteuer geschickt und in diesem Jahr hatte sie sogar ihren ersten Auftritt im Fernsehen. Heute will ich euch einmal zeigen, wie ein Bilderbuch entsteht und auch ein bisschen für euch zeichnen. Als erstes möchte ich euch aber kurz erzählen, wie es zu der ersten Lieselotte-Geschichte gekommen ist. Schon als Kind habe ich recht gerne gemalt und gezeichnet. Wie ihr seht, vor allem rote Häuser mit schwarzen Dächern und immer wieder Papa schlumpft. Aber auch die eine oder andere Kuh. Und da ist sogar ein Postbot. Außerdem habe ich sehr gerne gelesen. Bastelbücher wie hier, aber auch Kinderbücher und besonders gerne auch Comics. Als ich dann etwas älter war, habe ich angefangen, auch selber Comics zu zeichnen. Bei denen macht es ja nicht nur Spaß, die Bilder zu malen, sondern vor allem auch mit den Bildern Geschichten zu erzählen. Erst waren die Zeichnungen ganz einfach. Mit der Zeit wurden sie aber immer besser. Besonders toll fand ich es, diese Comics dann vielen Leuten zeigen zu können. Zum Beispiel in einer Dorfzeitung und später dann in der Schülerzeitung. Das hat mir so viel Freude gemacht, dass ich mir dachte, dass ich das auch gerne als Beruf machen würde. Also habe ich dann an der Fachhochschule Münster Design studiert. Mit dem Schwerpunkt Illustration. Dort habe ich dann viel und viele verschiedene Sachen gemalt und gezeichnet. Da sieht sogar schon wer ein kleines bisschen wie der Postbote aus. Für meine Abschlussarbeit habe ich mir dann überlegt, eine Bilderbuchgeschichte über einen Bauernhof zu machen. Denn das Thema Bauernhof finden ja viele Kinder interessant. Außerdem zeichne ich gerne Bilder mit vielen Details. Und auf einem Bauernhof gibt es ja so einiges zu sehen. Die verschiedenen Gebäude, die ganzen Maschinen und natürlich die unterschiedlichen Tiere, die überall herumwuseln und das Ganze mit Leben erfüllen. Außerdem ist das ein Ort, den ich selber ganz gut kenne. Ich bin nämlich in einem kleinen Dorf in Ostwestfalen aufgewachsen und dort hat mein Onkel Franz einen Bauernhof mit über 100 Kühen. Als Kinder haben meine Geschwister und ich dort viel Zeit verbracht. Viele Details von diesem Bauernhof finden sich in den Lieselotte Büchern wieder. Die Werkstatt der Bäuerin zum Beispiel oder die Lampe und die Tapete im Flur. Oder die Wassertränken, an denen die Kühe selber mit der Schnauze nach Wasser pumpen können. Und auch heute freue ich mich immer noch sehr, wenn mir irgendwo ein paar Kühe begegnen. Also, ich konnte mir schon gut vorstellen, wie der Bauernhof in meinem Bilderbuch aussehen sollte und wer da alles wohnen könnte. Was mir aber noch fehlte, war eine gute Geschichte. Eine Idee, die ich hatte, war, dass es ja immer lustig ist, wenn jemand etwas falsch macht oder etwas verwechselt. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Bäuerin, die plötzlich ganz zerstreut ist und alles verkehrt macht? Sie beginnt, vielleicht die Schafe zu gießen und die Hühner zu striegeln. Und die Tiere wundern sich natürlich, was nur mit der Bäuerin los ist. Und sie beginnen sich zu verstecken und sie zu beobachten. Und eines Tages macht die Kuh dann eine Entdeckung. Die Bäuerin ist so zerstreut, weil sie sich in jemanden verliebt hat. Und wer kann das auf so einem einsamen Bauernhof wohl nur sein? Natürlich der Postbote. Aber irgendwie fiel mir dann kein interessantes Ende für diese Geschichte ein und sie wurde viel zu lang und viel zu kompliziert. Aber zum Glück brachten mich diese einzelnen Einfälle, die Bäuerin, der Postbote, die Kuh, die sich versteckt, dann plötzlich auf eine neue Idee. Wie wäre es, wenn sich eine Kuh wie ein überwachsamer Hofhund verhält und jeden Morgen über den Hof schleicht und sich ein gutes Versteck sucht, um dann den Postboten zu erschrecken und ihn vom Hof zu jagen. Und daraus wurde dann Lieselotte Lauert, das erste Lieselotte Buch, das 2006 erschienen ist. Im Laufe der Zeit ist Lieselotte dann auch noch in viele andere Länder gekommen. Und ich konnte Lieselotte noch in einige weitere Abenteuer schicken. Das neueste kleine Abenteuer wird es bestimmt für Lieselotte sein, jetzt ins Fernsehen zu kommen. Und auch die Fernsehserie startet mit einer Lieselotte, die sich versteckt und den Postboten erschreckt. Aber keine Sorge, genau wie im Buch werden die beiden am Ende gute Freunde. Wie ihr gesehen habt, ist das Spannende an meinem Beruf, mit Bildern etwas zu erzählen. Und vielleicht habt ihr es ja sogar selber Lust bekommen, euch Geschichten auszudenken und Bilder dazu zu malen. Und apropos Bilder malen, ich hatte versprochen, noch etwas für euch zu zeichnen. Und hier habe ich etwas Papier und meinen Bleistift, also legen wir mal los. Besonders gerne zeichne ich die Hühner. Die gehen immer schön schnell. Da haben wir den Kopf schon fertig. Und dann kommt jetzt hier noch der Körper von dem Huhn. Einmal ein Flügel, die Beine mit drei Zehen, das andere Bein und vielleicht noch so ein bisschen Gras darunter. Und schon läuft das Huhn da rum. Und hier kommt jetzt noch ein zweites Huhn, der Schnabel und der Kehllappen. Aber das Huhn kriegt jetzt keinen Kamm da oben, weil das ist das Huhn mit der Kappe. Da noch die Schwanzfedern und dann der Körper von dem Huhn. So, ja. Und das Huhn steht dann da hinten rum und wundert sich, warum das andere Huhn so schnell daherläuft. Da ist jetzt noch der Flügel. Ein bisschen Schatten unter dem Schirm von der Kappe und noch das Muster. Ein schönes Karomuster. Und noch schneller als die Hühner gehen nur die Küken. Ein Kringel, zwei Augen, Schnabel und ein paar Schwanzfedern. Ganz einfach. Aber auch diese Leute ist nicht so schwer zu zeichnen. Zwei Kreise für die Augen mit einem Punkt darin. Einmal der schwarze Fleck um diese Leute das Auge herum. So, bisschen ausmalen. Dann kommt hier noch ein langer Strich. Ein langer, geradeer Strich. Das wird natürlich diese Leute Schnauze. Und die im Mund. Und da kommt noch das andere Nasenloch. Da oben geht es auch ein bisschen weiter. Einmal die Augenbrauen. Und dann hier ein Ohr. Malen wir schön schwarz aus. Dann kommt hier noch ein Horn. Und das andere Horn. Und das andere Ohr. Auch ein bisschen schwarz anmalen. Und hier dann der Hals und der Nacken von diese Leute. Und dann war sie so schön schwarz gefleckt. Dann malen wir das noch ein bisschen schwarz an. Geben wir für noch einen schönen großen Flecken da mitten auf die Backe. Und dann kommt hier der Hals. Und vielleicht hat sie sich auf unserem Bild auch mal wieder in einem Busch versteckt. Malen wir da so ein paar Blätter hin. Ich werde noch ein kleines bisschen mehr lächeln. Und wenn wir den Gewichtsausdruck noch mehr verändern wollen, dann radieren wir da einmal die Augenbrauen so ein bisschen weg. Und geben jetzt Augenbrauen, die zur Mitte nach unten zeigen. Und dann schaut sie da ganz verwegen aus ihrem Versteck heraus. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie eine Zeichnung von dieser Lotter entsteht. Aber wie entsteht ein komplettes Bilderbuch? Das will ich euch hier zum Schluss noch zeigen. Um an diese Lotterbuch zu machen, brauche ich verschiedene Werkzeuge und Materialien. Natürlich brauche ich da Papier. Da habe ich hier einmal etwas dünneres Papier. Das nehme ich zum Zeichnen. Aber auch etwas dickeren Karton. Der ist dann zum Aquarellieren. Und außerdem habe ich hier natürlich meine Bleistifte, einen ganzen Haufen verschiedener Buntstifte und dann noch viele Pinsel und Aquarellwasserfarben. Also ihr seht, ein ganzer Haufen verschiedener Sachen. Aber wenn ich mit einem neuen Buch anfangen möchte, sieht das erst einmal immer so aus. Denn als erstes brauche ich natürlich eine gute Idee für eine Geschichte. Auf die Ideen komme ich auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Manchmal überlege ich einfach, was diese Lotte wohl erleben könnte, dass Kinder aus ihrem eigenen Alltag kennen. Vielleicht wird sie mal krank und muss dann das Bett hüten. Oder das Wetter ist schlecht und sie langweilig schrecklich. Ich erinnere mich auch noch gut, was ich selber als Kind spannend fand. Oder lustig oder traurig. Zum Beispiel weiß ich noch, wie schwer es oft ist, abends einzuschlafen. Das geht Lieselotte manchmal genauso. Oder wie schön es ist, eine nette Geburtstagsfeier zu haben. Aber was, wenn keiner an meinen Geburtstag gedacht hat? Manchmal fallen mir auch gute Sachen ein, wenn ich draußen unterwegs bin. Ich fahre hier im Münsterland oft mit dem Fahrrad herum oder bin zu Fuß unterwegs. Dabei mache ich auch immer viele Fotos, um zu gucken, wie sich die Landschaft im Laufe des Jahres so verändert. Und ich schaue, was die Schafe so treiben und wie sich die Kühe übernehmen. Einmal bin ich da zum Beispiel an einem einsamen Bushaltestellen-Wartehäuschen vorbeigekommen, wo nur einmal am Tag ein Bus hielt. Und da war mir direkt klar, da müsste eigentlich auch mal Lieselotte sitzen und vergeblich auf einen Bus warten. Aber warum würde sie das machen? Na klar, sie hat die Idee bekommen, dass sie auch einmal woanders Urlaub machen möchte. Aber was macht sie dann, wenn kein Bus kommt? Dann verbringt sie ihren Urlaub eben auf der Wiese neben dem Hof. Und was würden die anderen Tiere wohl dazu sagen? Vielleicht sind die ein bisschen neidisch auf Lieselotte. Und es entbrennt ein kleiner Wettkampf, wer denn jetzt den besseren Urlaub hat. So bastle ich also nach und nach an meiner Geschichte. Wenn ich die dann habe, überlege ich mir, wie ich die Geschichte auf zwölf Doppelseiten verteilen kann. So lange sind meine Bilderbücher nämlich immer und welche Momente aus der Geschichte ich dabei gerne als Bild zeigen möchte. Das alles bespreche ich dann mit meinem Verlag, das heißt mit meiner Lektorin Bettina. Und wenn uns alles gut gefällt, fange ich an zu zeichnen. Dabei werden aus den schnellen kleinen Kritzeleien jetzt genauere Zeichnungen mit allen Details. Besonderen Spaß macht es mir, diese Lotte viele verschiedene Gesichtsausdrücke zu geben. So kann man gut erkennen, wie sie sich gerade fühlt. Wenn ich dann mit meinen Zeichnungen zufrieden bin, übertrage ich sie auf dickeren Karton und male sie dann mit Aquarellwasserfarben an. Zum Schluss setze ich mit Buntstiften und weißer Deckfarbe noch ein paar Akzente. Wenn dann alle Bilder fertig sind, werden sie eingescannt und das ganze Buch wird am Computer zusammengebaut. Das heißt, die Bilder werden auf die einzelnen Seiten verteilt und der Text wird hineingeschrieben. Und dann kann das Buch in der Druckerei gedruckt werden. Die Bilder für die Lieselotte Fernsehserie habe ich nicht selber gemalt. Das haben ein paar sehr talentierte Kollegen gemacht, die ich dabei beraten durfte. Besonders spannend finde ich, wie dann die Szenen im Fernsehen aussehen, die ich aus meinen Büchern kenne. Zum Beispiel, wie sich Lieselotte versehentlich auf das Fahrrad des Postbooten setzt. Und so sieht es nachts im Hühnerstall aus. Und da geht Lieselotte zu ihrer Bushaltestelle und springt dann später in den Fluss. Scheint dir Spaß zu machen. Und ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in meiner Arbeit auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Zugucken und wünsche euch noch ein schönes Bookfest Digital. Kolleginnen und Kollegen Untertitelung des ZDF, 2020